Verweigerung. Verweigerung ist das Verweigern, ist das Substantiv zu verweigern. Verweigern bedeutet, dass man etwas ablehnt, dass man etwas abschlägt. Man kann eine Verweigerung aussprechen gegenüber einem Wunsch eines anderen. Man kann auch die Aussage verweigern und man kann auch sich gegenüber seinem Partner verweigern. Im Allgemeinen ist es klüger, Mitgefühl zu zeigen, Verbundenheit zu haben und zu schauen, wie man mit anderen umgeht. Aber manchmal muss man auch sich gegenüber dem Unethischen verweigern, gegenüber Zumutungen verweigern. Und manchmal muss man auch lernen, Nein zu sagen.